Servus liebe Trader, im letzten Video habe ich euch ja schon unseren neuen Wachstums-Check beim Aktien-Terminal gezeigt. Damit könnt ihr ganz schnell feststellen, wie eure Aktien im Vergleich zum anderen Markt abschneiden. Nachdem es aber einige weitere Neuerungen gab, möchte ich euch da heute mal kurz einen Überblick dazu geben. Aktien-Terminal, prinzipiell die Wachstums-Checks, Dividenden-Checks und Qualitäts-Checks, die könnt ihr auch schon kostenlos durchführen. Einfach mal auf aktie.traderfox.com gehen und dort bei den Visualizations die Favoriten überprüfen. Für alle anderen Funktionen oder auch wenn ihr nähere Details haben wollt, braucht ihr unser Morningstar-Datenpaket. Dann könnt ihr das Ganze im vollen Umfang nutzen. Heute möchte ich euch einfach mal das Ganze anhand eines aktuellen Beispiels zeigen. Technologieaktien waren in den USA ja gestern besonders stark und sehr spannend ist hier aktuell auch eine Tyler Technologies. Das ist prinzipiell ein Unternehmen, das Softwarelösungen für staatliche Behörden zur Verfügung stellt und diese auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Wenn wir jetzt hier den Namen der Aktie einfach eingeben, dann kommen wir sofort zur ersten Übersicht, nämlich Daten und Graphs. Graphs, das ist eine spannende Neuerung, denn da habt ihr nicht nur die kurze Faktenbox, wo ihr sofort seht, wo wird das Unternehmen eigentlich gehandelt, wie sieht es mit dem Börsenwert und Bewertungskennzahlen aus. Also ihr habt hier zum Beispiel KGV, KUV, dann natürlich das Chartbild und der große Vorteil hier ist jetzt, dass ihr sofort mit Diagrammen seht, wie hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt. Also hier sieht man sehr schön, dass Umsatz und Gewinn immer weiter gesteigert werden konnten und dann habt ihr auch für die nächsten Jahre die entsprechenden Estimates aufgezeigt. Shareholder Value, das zeigt euch unter anderem an, ob das Unternehmen Aktien zurückkauft, ist hier natürlich förderlich für bestehende Investoren, da natürlich der Wert der Anteile steigt. Tyler Technologies macht das immer wieder, wobei es hier auch nur geringfügige Steigerungen gibt. Dann habt ihr hier zum Beispiel die Aktienbewertung im Zeitverlauf anhand einer Linie aufgezeichnet. Ihr seht also sofort, wie sieht es hier genau mit dem KUV aus. Ihr könnt auch auf das KGV umschalten und dann habt ihr hier noch die Aktienbewertung entsprechend am Jahresende. Margen, hier habt ihr die Box mit der Profitabilität und dann auch eine schnelle Bilanzanalyse. Hier seht ihr also, wie sieht es mit Fremd- und Eigenkapital aus. Eigenkapitalquote liegt hier zum Beispiel bei 77%. Sehr praktisch auch, Softwaretitel, die sind ja generell gerade gefragt und da lohnt es sich immer wieder einen Blick auch auf die Peergroup zu werfen. Wir machen es euch hier einfach und stellen euch sowohl zum Sektor Technologie als auch zur Branche Software Application spannende Kandidaten zur Verfügung. Da findet ihr zum Beispiel dann HubSpot, die jetzt auf neu hochziehen kann. Eine Fastly macht einen guten Eindruck. Da habe ich auch selbst gerade eine Long-Position und da habt ihr dann diese Titel immer sofort genau im Blick. Weiter unten könnt ihr dann gleich noch eine Aktienanalyse oder einen Vergleich anhand von frei definierbaren Kennzahlen vornehmen. Ihr könnt also sagen, im Universum der 2000-volumenstärksten Aktien möchte ich nur Aktien haben, deren Umsatz oder EPS-Wachstum in einem, wie gesagt, frei definierbaren Bereich liegt. Ihr könnt das dann also sehr schnell screenen. Hier habt ihr dann nochmal eine Peergroup-Bewertungsbox. Ihr habt also einen schnellen Vergleich innerhalb der Branche, was die Bewertungen betrifft, Tyler Technologies. Hier zum Beispiel vom Börsenwert sehr ähnlich wie eine HubSpot. Ist auch beim KUV ähnlich bewertet. Allerdings beim KGV sieht es da schon wesentlich besser aus bei Tyler Technologies. Sehr wichtig, auch hier dann das Ganze noch innerhalb der Branche aufgezeigt. Wo sind die aktuellen Leader-Aktien zu finden? Da sehen wir, dass es insgesamt recht gut läuft innerhalb der Peergroup. Aber eine Fastly hier in orange zeigt eine deutliche Outperformance. ist also demnach auch der Leader im Sektor. Und das macht auch Sinn, diese Aktien speziell im Blick zu behalten. Und dann habt ihr hier nochmal Diagramme, die die Zahlen übersichtlich aufzeigen. Das war mal die Neuerung Graphs. Also das ist schon mal sehr hilfreich, um sich schnell einen Überblick zum Unternehmen zu verschaffen. Mit Daten habt ihr das Ganze dann noch weit ausführlicher. Ihr habt dann noch die historischen Analysen, könnt dann auch die Scoring-Systeme nutzen wie den Piotrowski F-Score, alle Aktienqualitätsscore, wo hier zum Beispiel Tyler Technologies 10 von 10 Punkten erzielen kann, Dividendennadel und auch High Growth Investing. Also da bleiben wirklich keine Fragen mehr offen. Da seht ihr auch sofort, was das Unternehmen macht und habt eine sehr präzise Analyse dazu. Neu ist auch unser Explorer. Da haben wir schon ein Screening durchgeführt. Hier ist es ja möglich, faktorbasierte Analysen durchzuführen. Ihr könnt zum einen mal Kurslisten durchleuchten, wie zum Beispiel jetzt die 2000-volumenstärksten US-Aktien. Oder wir gehen hier auf Scans und sagen zum Beispiel, wir wollen Aktien mit einer besonders hohen Qualität, also sehr spannend für Investoren. Oder wir wollen sehr starkes Wachstum sehen. Dann ist es natürlich für Trader besonders interessant. Ihr könnt diese Faktoren auch kombinieren. Und ja, wir haben schon ein Screening durchgeführt gemeinsam. Das Video dazu, das verlinke ich euch einfach mal in der Beschreibung. Ja, weiter geht es mit dem Sektor-Spider. Auch der ist neu. Sehr spannend, um festzustellen, wo spielt eigentlich gerade die Musik am Markt. Also wir haben es ja gerade angesprochen. Technology ist gerade wieder sehr gefragt. Wir können uns das auch hier bestätigen lassen. Wenn wir uns zum Beispiel die Performance der letzten sieben Tage ansehen, dann sehen wir, dass Technology ganz klar auf Rang 1 liegt. Ihr könnt ja auch nachsehen, wie es gestern war. Auch hier Technology. Dann vor allem sehr schnell feststellen, welche Aktien kommen eigentlich aus diesem Sektor. Welche Branchen boomen innerhalb dieses Sektors. Also einfach anklicken. Dann schaltet auch die rechte Spalte um. Und wir sehen dann zum Beispiel, dass gestern besonders die Consumer Electronics gefragt waren. Jetzt könnt ihr wiederum einfach hier auf die Branche klicken und dann seht ihr sofort spannende Titel. Eine Apple unbedingt heute auch am Schirm behalten. Da werden ja neue Produkte vorgestellt. Dürfte das 5G-fähige iPhone sein. Und ja, bereits im Vorfeld zu diesem Event hat die Aktie, hat der Big Player wieder zulegen können. Sehr spannend, um einfach mal hier nach Branchen, nach starken Branchen zu screenen. Die Visualizations. Da haben wir den Wachstums- und Qualitätscheck zum Beispiel. Auch hier Tyler Technologies absolut überzeugend. Das haben wir uns aber auch schon im letzten Video genauer angesehen. Verlinke ich euch ebenfalls. Und dann habt ihr hier zum Beispiel die Historie. Gehen wir da mal kurz hin. Denn da seht ihr, das ist auch ganz spannend, historisch betrachtet, wann hat die Aktie besonders gut abgeschnitten, wann auch besonders schlecht. Also hier kann man vielleicht auch saisonale Muster erkennen. Und wenn ihr hier nach unten geht, seht ihr zum Beispiel, wann gab es die größten Verlust- und Gewinntage. Also größter Gewinntag bisher im Dezember 2000 mit einem Plus von knapp 35%. Stärkster Monat war Mai 2001 mit 70% plus. Auf der anderen Seite Juni 2000, da ging es natürlich gerade auch bei Technologiewerten stark bergab. Hier waren es in einem Monat 36%. Das Ganze seht ihr dann auch auf Monatsbasis. Das heißt, gerade jetzt Oktober, das passt ganz gut. Da schneidet Tyler Technologies historisch betrachtet immer am besten ab. Im Schnitt mit einem Plus von 6,62%. Jetzt startet auch wieder gerade der Breakout. Und ja, jetzt sind wir mittendrin im Oktober. Das bestätigt hier diese Annahme entsprechend. Genau. Zuletzt gibt es auch noch die Macro View. Das ist sehr praktisch, um sich einen Überblick über den Gesamtmarkt zu verschaffen. Ihr seht sofort, wie sieht es mit der Bewertung aktuell im DAX aus oder auch mit den 1000-volumenstärksten US-Aktien. Wie ist die durchschnittliche KGV-Bewertung aktuell? Wie sieht es mit dem Wachstum aus? Und so weiter. Ihr seht dann auch nochmal das Ganze entsprechend für Sektoren und Branchen. Und habt dann eine sehr gute Makroübersicht. Das waren die grundlegenden Neuerungen. Jetzt mal nur angeschnitten bei unserem Aktienterminal. Wie gesagt, einfach das Morningstar Datenpaket sichern. Es ist wirklich ein Game Changer für euer Screening. Ihr könnt sofort spannende Aktien finden, sie genau analysieren. und findet dann so die besten Aktien zum Traden und auch Investieren. Ich werde jetzt nach und nach neue Videos machen. Ich werde immer wieder Screenings mit euch durchführen. Ich werde euch die Funktionen auch ein wenig genauer erläutern. Und freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg beim Traden und Investieren. Bis zum nächsten Mal.